Du möchtest Konsumgöttin werden und neue Produkte kostenlos testen und gegebenenfalls weiterempfehlen? Nichts einfacher als das. Registriere dich zunächst auf der Website der Konsumgöttinnen. Du erhältst eine E-Mail zur Bestätigung und schon bist du dabei. Montags starten neue Aktionen und du wirst per E-Mail informiert. Auf dem Aktionsblog erfährst du alles über das neue Produkt. Wenn du es testen willst, klickst du auf den Button Anmelden und beantwortest ein paar Fragen. Nach zwei Wochen erfährst du per E-Mail, ob du für diesen Produkttest ausgewählt wurdest. Falls ja, freu dich auf den Postboten. Nach wenigen Tagen bringt er dir dein Testpaket. Und dann geht's los mit dem Testen. Wie sieht das Testprodukt aus? Wie gefällt dir die Verpackung? Wie das Produkt? Häufig bekommst du weitere Muster zum Weitergeben an Freundinnen, denn schließlich sollst du ja helfen, das Produkt bekannt zu machen. Auf dem Aktionsblog klickst du auf den Button Testbericht schreiben und schreibst deine Testberichte. Testberichte sollten nicht zu lang sein, sondern deine Bewertung knapp zusammenfassen. Damit deine Meinung im Netz nicht untergeht, veröffentliche deine Testberichte gerne auch in anderen Communities. Zum Schluss der Aktion füllst du noch einen Abschlussfragebogen aus. Für jede Teilnahme und Veröffentlichung gibt's Bonuspunkte. 30 Bonuspunkte bekommst du für einen Testbericht und 100 Bonuspunkte für ein Video. Halbjährlich kannst du dann tolle Preise gewinnen. Und jetzt viel Spaß als Konsumgöttin.